Kennst du das, wenn du eingemauert bist von Ängsten, wenn du gar nichts mehr richtig machen kannst, weil du nur noch Angst verspürst, wenn du deine Lebensqualität verloren hast, weil du dich nur noch von deinen eigenen Ängsten umzingelt siehst, wenn du nur noch vermeidest und nicht mehr das tun kannst, was du eigentlich willst? Mein Name ist Pablo Hagemeyer, ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in eigener Praxis und seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Angst. Meine Klienten profitieren davon, wenn ich mit ihnen Übungen mache. Und ich möchte mit dir auch drei Übungen machen und dir in diesem Video drei Tipps geben. Angst ist eigentlich etwas völlig Normales und auch Gesundes, wenn man es hat. Es schützt einen nämlich vor gefährlichen Situationen. Wenn Angst aber übertrieben und unrealistisch extrem stark ausgeprägt ist und leicht auszulösen ist, dann befindest du dich vielleicht auch in einer Spirale der Angst. Wie hier in diesem Teufelskreis, wo das Angstmonster in der Mitte ist und drumherum die ganzen Symptome sind, die dich gefangen halten. Ein ganz einfacher kleiner Umweltreiz kann möglicherweise eine ganze Kaskade, eine Kette an Angstreaktionen auslösen. Herzpochen, schwitzige Hände, ängstliche Gedanken. Du bewertest die Situation negativ und hast Angst davor. Das verstärkt natürlich auch, wie hier in diesem Kreis, aus dem du vielleicht nicht mehr rauskommst, deine Wahrnehmung und deine Gedanken. Und du denkst immer nur noch daran, ich habe Angst. In weiterer Folge entstehen immer mehr körperliche Symptome. Die beweisen im Grunde genommen, dass du tatsächlich in einer gefährlichen Situation bist. Das ist für dich nicht zu durchbrechen. Du kannst aber aus diesem Kreis herauskommen, wenn du anfängst, an den einzelnen Punkten anzusetzen. Mein erster Tipp, das Gegenteil tun. Mach genau das Gegenteil, was deine Angst dir rät. Dazu habe ich eine nette Geschichte aus meiner Praxis. Eine meiner Klientinnen war sehr ängstlich und es war ja total peinlich, vor Leuten zu sprechen. Sie hatte dann immer das Gefühl, nicht mehr die Kontrolle über sich zu haben. In der Gruppe habe ich dann mit ihr gearbeitet und sie damit konfrontiert, vor allen Leuten vorzulesen, aus einem Buch vorzulesen. Dafür habe ich sie aber auf den Tisch steigen lassen und sie musste im Stehen vor allen Leuten auf dem Tisch stehend vorlesen. Das hat sie natürlich am Anfang mit ziemlich viel Widerstand erst mal verweigert und dann nach und nach sich an die Idee gewöhnt, es vielleicht doch mal auszuprobieren. Als sie dann letztlich auf dem Tisch stand und vorlas, klappte das einigermaßen gut und irgendwann stand sie nur noch oben und las und las und las und wollte gar nicht mehr aufhören. Heute weiß ich, dass sie in einem Verein ist und dort im Vorstand und sehr gerne immer wieder mal launige Reden vor den Mitgliedern des Vereins hält. Das ist eine kleine Erfolgsgeschichte, die du auch in der einen oder anderen Art und Weise ausprobieren kannst. Der zweite Tipp. Verstecke dich nicht in den ängstlichen Räumen deiner Seele, sondern geh raus. Die ängstliche Botschaft, die du in deinen Gedanken hast, verwandle sie und umgebe sie mit einer humorvollen Verpackung. Wenn du in einer Situation bist, wo du denkst, du wirst jetzt gleich sterben oder du denkst, ich werde jetzt hier untergehen oder du denkst, das wird ja alles ganz furchtbar, sag es doch nicht mit diesem ängstlichen Ton, sondern verpacke es in eine humorvolle Form. Wenn du also sagst oder denkst, oh Gott, ich werde jetzt hier sterben, dann sag doch einfach, hurra, ich werde sterben. Oder wenn du denkst, das wirst du nicht schaffen, dann sagst du einfach, hurra, ich werde es nicht schaffen. Und sofort ändert die Stimmung deine innere Haltung, dein Mindset, wie wir sagen, und es erscheint viel leichter und positiver und du befreist dich von diesem ängstlichen Gefühl. Der Inhalt deiner Botschaft, deiner Gedanken, die sind vielleicht dieselben, aber das Gefühl ist besser und das befreit dich aus dieser ängstlichen Klammer. Und mein dritter Tipp ist noch die ABC-Methode. Die ABC-Methode steht für A wie Akzeptanz, B für Beruhigung und C für Konzentration. Und zwar, wenn du eine Panikattacke hast, die sehr heftig sein kann, die dich komplett in den Band zieht, weil sie so extrem stark ist, wende die ABC-Methode an. In einer Panikattacke ist es so, dass in deinem Gehirn die Angstzentren verrückt spielen und die Macht übernommen haben. Sie haben sie zwar nur für ungefähr 20 Minuten bis zu einer halben Stunde, aber das kann so heftig sein, dass es dich richtig stark fesselt und anstrengt auch. Es ist ziemlich, ziemlich anstrengend, eine Panikattacke durchzustehen und vor allen Dingen danach ist man ziemlich erschöpft. Aber wenn du nun mittendrin in der Panikattacke bist, wie gehst du damit um? A steht für Akzeptanz, das heißt, akzeptiere, dass die Panikattacke jetzt da ist. Stemm dich nicht dagegen, denn du brauchst die ganze Energie, um durch diese Zeit zu kommen. Je mehr Energie du selbst verbrauchst, desto erschöpfter wirst du am Ende sein. Also versuche zu akzeptieren und nicht zu bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern einfach anzunehmen und sie im Grunde genommen auch zu begrüßen und zu sagen, hey, jetzt bist du wieder da. Und dann gehen wir mehr und mehr in die Beruhigung, wie das B. Versuche also, dich zu beruhigen. Ich weiß, das ist schwierig, gerade wenn du in einem extrem aufgeregten Zustand wie in einer Panikattacke bist. Aber wenn du diese zwei Dinge machst, nämlich einmal dich auf einen Punkt zu konzentrieren, der vielleicht vor dir auf dem Boden ist und dahin zu fokussieren und dich darüber zu verlangsamen. Also darüber deine körperlichen und deine gedanklichen Vorgänge zu verlangsamen und zu reduzieren. Begleitend tust du das, indem du dich ein bisschen mehr fokussierst auf deine Atmung. Denn über die Atmung können wir tatsächlich unsere Körpervorgänge verlangsamen. Atme ein. Du kannst auch ein bisschen zählen dabei, so bis vier beim Einatmen. Und dann langsam wieder ausatmen. In der Panikattacke ist der Atem ja auch etwas beschleunigt. Versuche nicht dagegen zu kämpfen, wenn du diesen schnellen Atem brauchst in der Panikattacke. Dann nimm es auch so an. Aber wenn du kannst, versuche ein bisschen über die Atmung dich darüber zu beruhigen. Und wenn das gelungen ist und parallel dazu geht es zum C. Das C steht für Konzentration. Versuche dich nicht auf die Körpersymptome zu konzentrieren. Also versuche nicht hinzuschauen oder hinzuspüren oder zu denken, dass du jetzt vielleicht sogar sterben oder bewusstlos werden wirst. Sondern versuche etwas anderes zu denken. Versuche nicht wahrzunehmen, dass dein Herz ganz schnell geht und deine Atmung flach ist. Und dass du schwitzt und dass du vielleicht so ein Gefühl hast, neben dir zu stehen. Versuche nicht dahin, deine Konzentration zu wenden, sondern geh mit der Konzentration auf etwas völlig anderes. Und ich meine dabei wirklich etwas völlig anderes. Etwas, was du vielleicht schon längst mal machen wolltest. Fokussiere auf etwas, was völlig außerhalb dieser Situation ist. Die Konzentration weg von den Angstsymptomen ist extrem hilfreich. Und zwar auch nur in der Panikattacke. Damit du nicht in diese Spirale reinkommst und immer wieder verstärkst, dass du wahrnimmst, dass du Ängste hast. Und wenn du dann durchgehalten hast und sich der Körper erschöpft, weil so ist es immer. Eine Panikattacke limitiert sich von alleine, also sie hört von alleine wieder auf. Dann kannst du dich immer mehr und mehr wieder zurückbesinnen in den Zustand, in dem du gerade bist. Das waren jetzt drei Tipps für den Umgang mit einer akuten, starken Angstattacke und einem starken Angstzustand. Natürlich weiß ich aus meiner Arbeit mit meinen Klienten, dass es auch andere Formen von Ängsten gibt. Nämlich solche, die viel länger sind und die man umkreist, die man vermeidet. Und um diese Ängste zu bewältigen, habe ich eine Methode entwickelt, orientiert an der Heldenreise. Eine imaginative Methode, in der du dir vorstellen kannst, die Ängste zu konfrontieren, anhand verschiedener Stationen, die wie eine Erzählung sich aneinanderreihen und du so Schritt für Schritt deine Ängste überwinden und bewältigen und dich davon befreien kannst. Angst, mutig und spielerisch, wie ein Held zu bewältigen, das ist mein Versprechen an dich. Ich werde dich als dein Mentor auf deiner Reise die ganze Zeit begleiten, dir Wege aufzeigen, dich beraten, dir Tipps und Hilfsmittel an die Hand geben, damit du deine Ängste Schritt für Schritt überwindest.